Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich lerne mittlerweile seit anderthalb Jahren Koreanisch, habe aber vor einigen Monaten gemerkt, dass ich irgendwie nicht so richtig weiterkomme und habe daraufhin meine ganze Strategie und meine ganze Lernmethode umgeworfen und neu gemacht. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich eine richtig gute Strategie habe und dort auch viel lerne und gut weiterkomme. Und diese ganze Strategie möchte ich heute mal unterscheiden und euch in verschiedenen Bereichen sagen, wie ich denn Koreanisch lerne. Vorher aber anfangen, hier noch das Shoutout of the Day. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls auch gerne im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, kannst du gerne einen Screenshot von diesem Video in deiner Instagram-Story posten und vielleicht wirst du da im nächsten Video auch gegrüßt. Und jetzt mal viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Ich habe mir für das Video verschiedene Kategorien ausgedacht und dachte mir, wir fangen mal an mit dem Hörverstehen. Für mich persönlich ist es eines der schwierigsten Dinge, Dinge zu verstehen auf Koreanisch und deswegen möchte ich das immer sehr gut trainieren und sehr viel üben. Und da benutze ich vor allem K-Dramas, also koreanische Serien und gucke die dann abend. Aber ich gucke sie nicht einfach nur so an, sondern ich halte wirklich nach jedem Satz, also nicht immer, aber ich halte wirklich, wenn ich lernen möchte, nach jedem Satz an und versuche es zu verstehen. Und falls ihr auf dem Anfänger-Level seid, würde ich euch wirklich empfehlen, anzuhalten und zu überlegen, was hat er sie jetzt gesagt, ohne schon die deutsche oder englische Übersetzung zu lesen. Weil ich glaube, ein voll wichtiger Punkt ist auch dieses In-Koreanisch-Denken, also nicht immer diese Übersetzung zu haben. Weil überleg mal, wenn du nach Korea gehst und dann mit jemandem redest und du dann erstmal die Sätze übersetzen musst auf Deutsch und dann nochmal deinen deutschen Satz übersetzen musst auf Koreanisch, um dann endlich zu antworten, das ist ziemlich unpraktisch. Und deswegen musst du wirklich versuchen, in Koreanisch zu denken und die Sätze so zu verstehen, ohne sie in deinem Kopf zu übersetzen. Und deswegen finde ich diese K-Drama-Übung richtig gut. Kommen wir jetzt zum Thema Schreiben. Und da habe ich auch eine ziemlich gute Strategie mittlerweile entwickelt. Und zwar schreibe ich jeden Abend in meinem Tagebuch mindestens zwei Sätze auf Koreanisch, denn ich schreibe jeden Abend Tagebuch und dachte mir, wie cool wäre es, wenn ich meinen Tagebuch irgendwann mal auf Koreanisch schreiben könnte. Und mittlerweile mache ich es einfach, um diese Regelmäßigkeit drin zu haben, so, dass ich jeden Abend mindestens zwei Sätze auf Koreanisch schreibe. Weil ich bin sehr ein Fan davon, Dinge regelmäßig zu machen und nicht irgendwie zu sagen, hey, heute am Montag schreibe ich irgendwie fünf Stunden lang einen Aufsatz auf Koreanisch, sondern ich bin eher ein Fan davon zu sagen, ich schreibe jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Sätze auf Koreanisch. Und ich glaube, dass das auch eher hilft beim Language Learning, beim Sprachenlernen. Ansonsten schreibe ich auch öfter mit koreanischen Freundinnen natürlich. Und mein Tipp an euch wäre einfach zu versuchen, Koreanisch so viel in euren Alltag zu integrieren wie möglich. Also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich im Spanischen-Derricht bin und wir einen Satz eher auf Spanisch übersetzen müssen, mache ich es meistens so, dass ich den Satz also auf Spanisch und dann auch auf Koreanisch übersetze, falls ich es irgendwie schaffe. Und ein kleiner Tipp, ich habe auf meinem Instagram-Account laraemilyofficial auch ein ganzes Highlight mit Sachen, die sich um Koreanisch drehen. Also da meine Tipps, wie ich es kommen lerne und so weiter. Kannst ja auch vorbeigucken. Und sonst auch gerne natürlich meinen Kanal abonnieren. Denn ich lade die auch regelmäßig was zu diesem Thema hoch und habe auch eine ganze Playlist schon dazu. Kommen wir nun zum Thema Reden. Und da ist mir eine sehr große Erkenntnis letztens aufgefallen. Und zwar habe ich früher nie wirklich auf Koreanisch geredet, sind immer nur Grammatik gelernt, Vokame gelernt, aber nie wirklich geredet. Und die Sache ist halt, man kann nicht Koreanisch reden lernen, wenn man nicht redet. Und deswegen habe ich mir im Januar eine Koreanisch-Lehrerin rausgesucht. Also ich habe jetzt eine Lehrerin, mit der ich regelmäßig auf Koreanisch rede. Und das hat mein Leben, okay, nicht mein Leben, aber meine Koreanisch-Lern-Ability sehr, sehr gepusht. Du musst aber nicht gleich einen koreanischen Lehrer oder Lehrerin haben. Es reicht auch, wenn du irgendwelche anderen koreanischen Leute hast, mit denen du einfach mal regelmäßig reden kannst. Denn wirklich, wenn dein Ziel ist, koreanisch zu reden, musst du auch das Reden üben. Und es bringt nichts, nur Grammatik zu lernen. Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen und gelernt. Glücklicherweise gibt es in der heutigen Zeit aber sehr viele Möglichkeiten, auch internationale Freunde oder Freundinnen zu machen. Beispielsweise gibt es da Apps wie HelloTalk, Tandem oder auch über Instagram und TikTok kann man bestimmt irgendwie auf solche Leute aufmerksam werden und dann sich anfreunden beziehungsweise vielleicht einfach nur so Kontakt haben und versuchen dann, die Sprachen zu lernen. Kommen wir jetzt zum sehr tollen Thema Grammatik. Früher habe ich sehr, 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 sehr viele Grammatikstrukturen gelernt und sehr viel Grammatik einfach gelernt, weil das irgendwie so die einzige Sache, war, von der ich wusste, wie ich das machen soll, weil ich ganz viele Grammatikbücher hatte und diese dann so gut durchgelesen habe und durchgearbeitet habe. Aber ich habe wirklich gemerkt, es bringt nichts, so mega viel Grammatik zu lernen. Ich meine, klar, wir brauchen Grammatik, aber reden und verstehen und hören ist viel wichtiger. Natürlich nenne ich manchmal immer noch Grammatik und auch viel Grammatik, weil es einfach eine Grundlage ist, die wir brauchen. Ich persönlich mache das so mit meiner Lehrerin zusammen, dass sie mir immer, beispielsweise, weil ich habe immer am Sonntag Unterricht und am Sonntag gibt sie mir dann immer eine neue Grammatikstruktur und wir lernen die Damen. Also sie gibt mir weitere Sätze, ich soll mir welche machen und so weiter. Und dann kriege ich meistens Hausaufgaben auf bis zur nächsten Woche Sonntag und soll dort dann nochmal mehr Sätze bilden mit dieser Grammatikstruktur, mit dieser Grammatikform. Und wenn sozusagen die nächste Woche, also der nächste Sonntag ist, dann gehen wir die Hausaufgaben durch, sie korrigiert mich, wir machen noch neue Sätze und meistens habe ich es dann kapiert und kann diese Grammatikform dann immer anwenden. Und so lerne ich mittlerweile Grammatik und wie wir die Grammatikform rauskriegen, machen wir wie folgt. Und zwar reden wir am Anfang der Stunde immer miteinander, sie fragt mich so, was ich gemacht habe, was ich gegessen habe, was ich vorhabe, wie es mir geht und so ganz alltägliche Sachen. Und ich antworte ihr dann und meistens findet sie irgendwelche Fehler und dann schreibt sie sich das Ganze auf und weiß dann sozusagen, was ich noch nicht kann oder was ich noch nicht gut mache. Und daraus entstehen dann die ganzen Grammatikformen, die wir dann lernen. Der letzte Punkt sind dann jetzt Vokabeln und ich strikle immer sehr mit den Vokabeln. Da das eine Sache ist, die mir nicht so einfach fällt, muss ich sagen, mit Vokabeln zu merken. Ich benutze die Apps Smart Cards oder Quizlet und ich habe da verschiedene Sets. Beispielsweise habe ich da ein Set mit meinem koreanischen Unterricht, also schreibe ich den Vokabeln auf, die ich im Unterricht gelernt habe. Dann habe ich ein Set mit Run BTS, also Vokabeln, die ich dort gelernt habe in der TV-Show. Dann habe ich noch ein Set mit K-Drama-Vokabeln, die ich da einfach aufgeschnappt habe. Und dann noch ein Set mit Vokabeln, die ich von Gesprächen mit Freundinnen aufgeschnappt habe. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Unterricht. Also falls ihr Unterricht ein Wort nicht weiß, dann frage ich meine Lehrerin immer. Sie sagt mir das Wort, ich schreibe es auf und versuche es dann, bis zur nächsten Woche gut zu lernen, dass ich es einfach komplett weiß und es nicht mehr in meinem Kopf fehlt. Und jetzt bei Shows oder K-Dramas mache ich das aber auch so, dass ich Phrasen aufschreibe. Also auch wenn jemand eine Phrase sagt, die ich mir denke, von der ich denke, ich könnte sie gebrauchen, sowas wie bist du bereit oder wollen wir losgehen oder irgendwie sowas. Und es eine Phrase sind, die irgendwie nützlich sein könnten, dann schreibe ich die auch als Vokabel in mein Set auf. Und ich finde es sowieso besser und praktischer, wenn man sich Sätze aufschreibt beziehungsweise die Vokabeln, die man lernen möchte, in Sätzen aufschreibt. Weil es jetzt vor allem in der koreanischen Sprache so ist, dass Wörter von ihrer Grundform sehr anders kollegiert werden. Teilweise. Und deswegen finde ich es schlau, die Vokabeln gleich zu kollegieren oder gleich in Sätze einzusetzen und zu gucken, wie sie dann wirklich im Gebrauch aussehen. Falls ihr jetzt noch interessiert, wie gut mein Level schon ist, kannst du ja immer bei diesem Video vorbeigucken, denn ich habe schon, okay, das war letztes Jahr, aber ich habe jetzt ja so einen Test gemacht, wie gut mein koreanisch ist. Ansonsten habe ich auch noch eine ganze Playlist mit meinen koreanisch Lernvideos. Ich wünsche euch noch einen monatlichen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss und viel Spaß beim koreanisch Lernen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.